Hey Maus. Hey. Ich muss dir leider was gestehen. Was? Schon wieder? Wir hatten ja so ausgemacht, dass wir alle gemeinsam mit der Kreditkarte alles bezahlen, aber ich muss dir sagen, ich hab mir jetzt noch eine zweite Geheime geholt. Ich tut mir leid. Toll. Und was hast du ausgegeben? Ein bisschen viel. Das war ein Hint. Dieses Szene gab es wirklich. Und zwar in der Serie, über die wir heute sprechen. Herzlich willkommen beim Filmmagazin. Hallöchen. Wir sind Martin und Lukas oder Lukas und Martin, wie rum ihr das auch immer wollt. Könntest du auch raussuchen, wer wer ist im Prinzip. Wir sind da auch völlig interchangeable wie Zwillinge, könnte man sagen. Schöner Tipp, aber wir sehen nicht so gleich aus. Das ist nicht ganz. Aber der, der auf eurem Bildschirm links sitzt, das bin ich. Der, der rechts sitzt, ist Martin. Wenn ihr uns bei YouTube schaut. Ihr könnt uns natürlich auch überall anders schauen. Also ist gar kein Problem. Ihr könnt also nicht schauen, sondern hören. Hören logischerweise in der Podcast-App eures Vertrauens. Dann war das jetzt wenig hilfreich. Ich bin Lukas und Martin ist die andere Stimme. Da könnte man überlegen, nur aus dem linken Ohr kommt einer, aus dem rechten Ohr kommt ein anderer. Aber das ist, glaube ich, bei den Podcastern nicht so beliebt. Wer, nee, das stimmt, aber wer ganz, 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 wirklich mit beiden Ohren und auf der ganz tollen Steerenlage hinhört, der hört tatsächlich einen minimalen Unterschied. Ich mache immer so, dass es auch passt so mit dem Bild. 5% bin ich mehr links und du bist 5% mehr rechts. Das fällt kaum auf, aber es ist tatsächlich so. Okay, das siehst du. Wir sind getrickst. Aber subtil kriegt man es dann vielleicht, aus welchem Ohr wir kommen. Aber genau, ich glaube, wir können ja noch ein bisschen kurz zum Einstieg wissen. Was machen wir überhaupt? Wir haben gesagt, es geht dieses Mal um eine Serie. Ansonsten reden wir auch gerne, wie letztes Mal, über Filme, die wir uns angeschaut haben. Das können aktuelle Veröffentlichungen sein, aber auch mal gerne steinalte, die schon ordentlich was angesetzt haben, die von uns immer besprochen werden, weil wir ja gesagt haben, auf die haben wir Bock. Oder nicht so Bock, aber dann gucken wir uns die trotzdem an. Aber es soll auch manchmal um Serien gehen, auch nicht immer unbedingt auch nur fictional, sondern auch mal non-fictional, so wie es auch dieses Mal gehen soll. Wir hatten ja auch schon vor ein paar Folgen mal einen Dokufilm dabei gehabt. Also im Prinzip alles, was hier im Fernsehen und bei Streaming-Anbietern und im Kino oder bei Festivals euch anschauen kann. Das ist alles für uns erstmal interessant. Und da sind wir einmal in der Woche on air und besprechen das. Ja, korrekt. Meistens sonntags. Und ihr seid natürlich herzlich willkommen, alles zu hören, auch alles nachzuhören oder Vorschläge zu senden. Wenn ihr selber sagt, hier, das habe ich gerade gesehen, besprecht das doch mal bitte oder besprecht das mal mit uns. Dann immer her damit. Wir haben auch schon viel besprochen. In der vergangenen Woche haben wir wirklich den furchtbaren Film mit dem Web besprochen. Da haben wir gesagt, heute wird es besser. Und tatsächlich wird es besser, aber das war auch nicht schwer. Das muss man auch sagen. Also fast egal, was wir heute besprochen hätten. Das wäre besser als mit dem Web. Für eine ausführliche Kritik daran, mit Argumenten auch, könnt ihr dann gerne in die vergangene Folge reinhören. Gab auch Zuspruch. Aber heute soll es um... Ja, du hast schon gesagt, wir machen auch mal was Non-Fiktionales. Heute auch so. Und wobei, weiß ich gar nicht. Etwas fiktionale Elemente könnten... Fiktionale Elemente sind vielleicht auch mit drin. Also nicht jetzt irgendwie, dass sich da jemand ein Märchen ausgedacht hat und die dann verfilmt wurde. Aber es ist vielleicht auch ein Anteil geskriptet mit drin. Das weiß man nicht so genau. Denn die Serie, die wir uns heute anschauen, ist nagelneu rausgekommen auf Netflix. Vor zwei Wochen oder so stand jetzt der Veröffentlichung. Und es ist eine Mischung eigentlich aus einer Doku-Serie und Reality-TV, würde ich mal sagen. Lehnt man sich, glaube ich, wenn man das sagt, lehnt man sich nicht so weit aus dem Fenster. Es geht um Kaulitz und Kaulitz. Eine deutsche Produktion. Konstantin-Film steckt da, glaube ich, dahinter. und Konstantin Entertainment. Und es geht auch um zwei Künstler, die ihre Wurzeln in Deutschland haben. Genauer gesagt in Sachsen-Anhalt, im Osten, wie wir auch. Und zwar Bill und Tom Kaulitz von Tokio Hotel. Sicherlich vielleicht dem einen oder anderen bekannt, denke ich mal. Hat man vielleicht schon mal von gehört. Und die beiden haben nicht nur einen Podcast, also auch einen sehr erfolgreichen Podcast, sondern jetzt eben auch eine Reality-TV-Serie, die sich mit den beiden beschäftigt. Also die dreht sich jetzt nicht um Tokio Hotel und die Band-Geschichte oder irgendwas Dokumentarisches, sondern sie begleitet in acht Folgen erst mal, erst mal, weil es wird schon eine zweite Staffel so ein bisschen in Aussicht gestellt. Sie begleitet in einer Staffel acht Folgen die beiden auf ihrem Weg beim Zwillinge-Sein. Und existieren. Beim Existieren, ja. Ja, im Prinzip, also man könnte auch sagen, es ist die deutsche Antwort auf die Kardashians. Vielleicht so ein kleines bisschen. Ich habe das nie gesehen, die Kardashians, deswegen ist es so eine Mutmaßung, dass ich mir in der Art und Weise das so ein bisschen zumindest vorstelle. Weil ja zumindest auch Prominente sehr im Vordergrund sind. Kardashian ist natürlich schon in der 12.000. Staffel. Hat sich da wahrscheinlich auch sehr gewandelt. Aber vielleicht ein kleines bisschen kann man sich das vielleicht vorstellen. Es gab ja schon ähnliche Formate, vielleicht zu anderen Prominenten ja auch schon. Aber es ist natürlich mit... Die Geissens und so weiter, ne? Die Geissens, genau. So typische... Ich sag mal, ich würde mal sagen, Aufreger-Formate vielleicht. Damit tut man, glaube ich, niemandem so weh. Allerdings hat es da heute schon... Also ich finde, es hat schon einen Unterschied dazu. Da muss man auf jeden Fall sagen. Von der Qualität her, vom Produktionsvolumen her und auch, finde ich, von der Aufgeregtheit, glaube ich. Also von dem, wie soll man sagen, von dem Effektfaktor her. Ist das schon was anderes? Findest du weniger aufgeregt oder mehr aufgeregt? Weniger, deutlich weniger. Also viele Formate, viele solche Formate, die legen es ja drauf an, irgendwie, weiß ich nicht, also irgendwie sowieso so Aufreger zu generieren und entweder zu sagen, okay, oh, wie blöd sind die oder oh, wie... Und die Serie, was ich auch erstaunlich finde, die Serie, sich damit erstmal genug sozusagen diese Zwillinge zu zeigen, die auf eine Art ja auch aufgeregt sind, vor allem einer von den beiden, und da durchaus eine Farbe reinbringt, die schon erinnert an irgendwas Aufgeregtes, aber doch irgendwie ruhig. Also die machen ja auch nichts Krasses. Ich meine, die gehen mal aufs Oktoberfest, dann machen sie mal einen Camper-Trip, dann machen sie mal, räumen sie mal ihren Storage aus, also im Prinzip so eine Garage, die es in Amerika ganz viel gibt, wo die Leute ihren Ramsch drin haben. So eine Lagergarage tatsächlich, sind bei einer Geburtstagsparty dabei, ja, so. Aber es hat natürlich einen großen Unterschied zu, wenn wir jetzt auf eine Geburtstagsparty gehen oder unsere Garage ausräumen. Das ist natürlich, hat man es hier mit Multimillionären zu tun, was auch relativ schnell deutlich wird natürlich. Die haben natürlich ein ganz, ganz anderes Leben, aber das ist natürlich auch der Reiz, weswegen man sich das anschaut, weil wenn jetzt der Joachim aus Bottrop begleitet wird, das schaut man sich dann eher weniger an. Der hat das nicht so interessantes Leben, vielleicht schon. Aber natürlich, wenn man sagt, man hatte den Multimillionär, das Multimillionär-Zwillingspaar, die deutsche Pop-Boy-Band Anfang der 2000er wird jetzt, was machen die eigentlich mit 34 Jahren? Ist natürlich nochmal ein ganz anderer Reiz, denen zuzugucken. Das ist natürlich ganz, ganz klar. Bevor wir so ein bisschen sagen, was wir vielleicht davon halten und auch vielleicht nochmal so eine Bindung, also vielleicht auch nochmal kurz über Tokio Hotel, wie wir das so wahrgenommen haben früher, weil das finde ich auch immer interessant, da gibt es da durchaus unterschiedliche Perspektiven drauf. Sollten wir trotzdem nochmal ganz kurz zusammenfassen, wie das Ganze eigentlich aufgebaut ist. Also es spielt größtenteils in Los Angeles, wo die beiden wohnen, also die Wahlheimat von den beiden. In den Hollywood Hills steht das Haus von Bill Kaulitz. Und also die Villa, habe ich jetzt gelesen, muss wohl jetzt überflutet worden sein irgendwie. War in der Serie noch nicht. Aber habe ich in irgendeiner, weiß nicht, bei Gala oder so, Promiflash oder so. Du bist direkt drin in der Bar. Ja, auf jeden Fall, dort spielt es hauptsächlich, also muss man auch sagen, da gibt es so eine klare Trennung irgendwie, also so alles, was so mit Zuhausefilmen und Privatfilmen und so zu tun hat, das findet alles bei Bill Kaulitz statt. Das spielt also bei Toms Zuhause, Heidi Klum und ihre Kinder spielen kaum eine Rolle, also fast gar keine. Ich kann mal gleich nochmal sagen, wie sie eine Rolle spielt, sie ist nämlich auch mit dabei. Also es geht so, was das Privatleben angeht, wirklich um die Beziehung der beiden. Ihre Mutter ist mit dabei. Die anderen Bandmitglieder tauchen auch ab und zu mal auf. Aber wenn es so wirklich um den, ich sag mal, Deep Shit, also um die Beziehungsfrage und so weiter geht, dann geht es eigentlich um Bill. So ist es ungefähr aufgebaut und dann gibt es natürlich diese klassischen, man lässt die in der Interviewsituation auf das Geschehene reagieren und die Kamera ist im Prinzip auch mit dann in der Situation dabei. Dann gibt es halt unterschiedliche Situationen. Wie gesagt, Geburtstagsparty, Hautarzt ist mal, oder beim Hundetrainer, spielt auch eine Rolle. So, das ist so die Situation und eigentlich auch, also finde ich jetzt, wenn man sich mal wirklich das Technische anguckt, sie kommt natürlich auch nicht daher und tut so, als wäre das absolut dokumentarisch. Man merkt schon, vielleicht ist es an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen überspitzt und natürlich hat man sich auch, würde ich sagen, überlegt, wie orchestriert man das Ganze, dass es vielleicht irgendwie spannend ist, wie kann man dann irgendwie schneiden, dass das dann eine wirklich spritzige Antwort auf irgendwas, was dann vielleicht ein bisschen langweiliger ist, was da gerade passiert, folgt. Das Ganze funktioniert mal besser, mal schlechter, würde ich sagen. Also gerade nach den ersten zwei Folgen hatte ich gedacht, will ich es wirklich weitergucken, aber ich habe dann wirklich auch kein Problem damit gehabt, nach so Folge 3, 4 das zu Ende zu schauen, weil was man dem glaube ich nicht, also was ich dem nicht absprechen kann, für meinen Teil ist, es ist schon wirklich unterhaltsam und es wirkt auch, es wirkt auch stimmig, an vielen Stellen und es ist auch nicht so, also das Konzept und wie es aussieht und so, das geht auf und das, ich weiß nicht, hilft, also wenn ich so sage, es wirkt nicht nach deutscher Reality-Serie, die irgendwie im, was wir noch so kennen, im RTL 2 Nachmittagsprogramm läuft, so wirkt es nicht und das macht es anschaubar, finde ich. Ich glaube, da ist sehr große Orientierung halt an den Amerikanern, wie die heutzutage solche Serien eben machen, weil die auf Hochglanz zackig geschnitten, auch mit den Interview-Situationen, ich glaube, absolut erfahren, wie muss man aus den Leuten noch was herausfinden. Und ich glaube auch tatsächlich, das ist ja, also ich glaube, das ist ja auch der Clou, das soll ja für, also meine Mutmaßung ist, das soll ja für beide Märkte durchaus interessant sein, das soll in Amerika gut funktionieren, wo Tokio Hotel ja auch bekannt ist, auf der anderen Seite soll es aber natürlich den deutschsprachigen Markt bedienen, weil da haben sie, glaube ich, die größte Base, denke ich. Ich glaube, in den USA, so wie ich das auch immer aus der Serie jetzt verstehe, sind sie halt Einnahme von vielen, wo sie schon eine große Band sind, aber sie sind nicht die absoluten, mega, mega krassen Stars, was sie in Deutschland schon eher sind, weil es halt auch ganz, ganz wenigen sind, die es überhaupt in den USA geschafft haben. Und das merkt man in der Serie natürlich auch an vielen Stellen, wenn die, klar, so wenn die irgendwie in L.A. da irgendwie durch so Luxusläden gehen, da ist jetzt der Auflauf von Leuten, der dann entsteht, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kann da auch George Clooney einkaufen gehen, ohne dass man, dass dann sich eine Traube bildet, weil ich glaube, diese Läden leben ja auch davon, dass die so eine gewisse Anonymität, aber ich sag mal, Tom kann auch in irgendeinen Soßenladen gehen und ohne sofort erkannt zu werden, was aber bei den Szenen, wo sie in Deutschland sind, wollen die irgendwie Kuchen kaufen, wenn sie ihre Eltern besuchen und dann, oder ihre Mutter besuchen und deren neuen Freund, neuen Mann und dann gehen die in so einen Bäcker und dann sofort, die ganze Belegschaft der Bäckerei, erkennt die sofort, die Leute auf der Straße erkennen die sofort, alle wollen Selfies machen. Beim Oktoberfest, das ist natürlich, da muss ein großer Plan gemacht werden, das muss alles, da gibt es Leute, die sich dann, die sich darum kümmern, dass die da sicher hingehen können, irgendwie von Sex Securities oder so umgeben, können die dann mal aufs Oktoberfest gehen, also das ist schon nicht easy. Dieser Unterschied wird auch deutlich. Und das ist, glaube ich, so. Also ich denke mal, also stell dir mal vor hier, Tokio Hotel läuft durch Dresden oder läuft durch Hamburg. Die Leute erkennen die, die sind ja auch, die haben ja auch wieder Erkennungswert. Das absolut, sind ja dann gerade Bilder natürlich in bunter Vogel, was man so immer sagen kann. Beziehungsweise auch die beiden zusammen, weil sie auch natürlich so ein schönes, also dass die Zwillinge sind, das können sie auch nicht abstreiten, aber das, diese Kombination allein schon, sieht ja, sie erkennt man. Ja, das ist ja auch ganz kurz in der zweiten Folge, wird das dann auch mal zum Thema, warum sie dann überhaupt Deutschland verlassen haben, weil es dann eigentlich wirklich zu viel wurde und weil es eben auch neben dem natürlich viele, viele Fans, die kreischen quasi, sie begleiten natürlich auch viele Hater, würde man heutzutage sagen, auch dabei sind, die natürlich denen auch nichts Gutes wollen, dass das schon teilweise gefährlich geworden ist. Ich glaube auch beides, also auf der einen Seite natürlich Hater, die denen nichts Gutes wollen und die sie bedroht haben, vielleicht sogar sicherlich immer noch bedrohen und also nicht vielleicht nicht die gleichen, aber vielleicht aus anderen Gründen heute und es gibt ja auch diese Folge, wo Bill auf der Pride in Berlin auftritt oder beim Christopher Street Day und dort auch Tokio Hotel und singt und die dann auch schon wichtig sind für diese, für die, für die Bewegung oder als Identifikationsfigur und auch da gibt es ja im Internet heute Leute, die da, die da haten und auf der anderen Seite hast du sicherlich aber auch übergriffige Fans gehabt damals, die, die dann, die die belagert haben und die dann immer, also distanzlos einfach, ne, das ist schon auch, glaube ich, ein großer Grund gewesen, Weg gewesen zu gehen. Ja, deswegen, und das wird dann schon nochmal in dieser einen Sequenz in der zweiten Folge nochmal sehr, sehr deutlich, und auch gerade natürlich, wo dann Bill, das hat ja glaube ich auch in den Interviews immer wieder gesagt, dass quasi mit 15 Jahren hat deren Leben, deren Teenager sein, aufgehört zu existieren und dann waren sie einfach Megastars und das verändert sich natürlich komplett, das ist natürlich dann auch nochmal spannend zu sehen, wie geht's dir denn dann halt 18, 20 Jahre später, nachdem du mit 15 Jahren quasi deine komplette Jugend und dann halt deine 20er quasi gar nicht so ausleben konntest, wie alle anderen das machen, sondern du warst dann einfach schon der Megastar, dass quasi immer, wenn du privat dann unterwegs warst, warst du quasi abgeschottet vom Rest, weil du konntest gar nicht privat irgendwo existieren, ohne dass sich eine Traube um dich bildet, wie wir gerade schon gesagt haben. Deswegen ist es natürlich dann fasziniert, mit so einer Persönlichkeit dabei zu sehen. Ich meine, am Ende kannst du immer sagen, die haben dafür halt Ruhm und Reichtum zu sehen, was auch sehr, sehr deutlich wird. Auf jeden Fall. Das ist natürlich dann auch, dann kann man auch mit einer Geburtstagsparty drei Tage vorher planen, weil man das nicht selber macht, sondern man hat dafür Angestellte, die Geburtstagspartys feiern. Das ist dann eben mal ein Spiegelhaus mitten in der Wüste, mit Napoleon drinne oder halt die Häuser, die natürlich absolut krass aussehen und die natürlich dann beim Backen Hilfe brauchen. Ja, wo sie auf Penthouse Shopping in New York gehen. Ja. Ja, genau. Fürs acht Millionen oder sechs Millionen oder so. Ja, vielleicht kann ich mir das. Ja, auch. Das sind natürlich so Welten, in denen normale Menschen gar nicht existieren und was sich auch immer so ein bisschen, auch das finde ich immer ein bisschen fragwürdig, dafür können natürlich die beiden nichts und die mussten dafür auch einen hohen Preis zahlen für das. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, aber am Ende sind sie natürlich mega privilegiert. Privilegierter geht es kaum. Und das ist aber natürlich trotzdem zieht man dem spannend zu und sagt, ah, die haben doch die gleichen Probleme trotzdem wie wir, obwohl sie da so weit oben stehen. Ja. Weil natürlich dann auch menschlich natürlich knatscht das mal zwischen den beiden. Und dann gerade natürlich gerade bei Bill mit seiner Homosexualität, was natürlich auch sehr deutlich wird. Das ist natürlich auch ein Stück weit sehr einsames Leben, auch in Amerika, wo man sagt, das ist eigentlich sehr offen und so, alles super duper, auch L.A. gerade. Aber auch da hat er viele Abende alleine und das ist für der Tom, der dann eher schon verheiratet ist, quasi auch Familienvater ist. Er hat, glaube ich, ja kein eigenes Kind mit Heidi Klum. Mit Heidi Klum. Aber Heidi hat ja sehr viele Kinder und da ist er irgendwie auch als Vater ja dann sozusagen oder zumindest als Vaterfigur dritternd auch eingebunden. und da clashen natürlich zwei Lebensrealitäten aufeinander irgendwie auch, obwohl beide auch natürlich in der Band unterwegs sind. Das sind natürlich dann so menschliche Probleme, die kann jeder nachvollziehen. Aber irgendwie trotzdem habe ich ja dieses, man guckt reichen Leuten beim Reichsein zu, was man natürlich auch überall im Internet immer mal wieder hat, man hat ja auch Influencer, die ihre Karriere darauf aufbauen, dass man einfach nur zuschaut, wie sie ihren dritten Ferrari kaufen. Das finde ich auch mal faszinend. Es gab jetzt auch, ich weiß nicht, ob du das ein bisschen verfolgt hast, es gibt so einen amerikanischen Influencer, Speed heißt der. Der war jetzt in Europa sehr viel unterwegs, weil der ist auch großer Fußballfan und war jetzt so Europameisterschaft hat er quasi. Der war in Deutschland, dann war in Belgien, in den Niederlanden, in Norwegen. Also viele Länder, die auch sehr beim Fußballmannschaft mit dabei waren. Norwegen ja glaube ich nicht, aber hat zumindest so eine Europatour gemacht, hat das auch immer live gestreamt. Aber auch sehr spannend, aber dann ist natürlich, wenn er Döner ist in Berlin, dann ist er Döner mit 500 Leuten, die ihm dabei zugucken, wie er Döner ist. Und alle Leute sind begeistert, dass er zum ersten Mal in seinem Leben Döner gegessen hat und das toll findet und dann auch fünf Tage später nochmal sich Döner holt, weil er das so toll findet. Und das ist eigentlich, das ist keine Nachricht, das ist kein, in Amerika Hanna entdeckt Döner. Das ist natürlich, es ist eine Nachricht, weil das ein Typ ist, der zwei Millionen Follower hat auf Twitch und auf Twitter. Und so ein bisschen ist es das hier auch Kaulis und Kaulis natürlich. Du guckst den reichen Leuten dabei zu. Das ist manchmal, Tick, ein bisschen manchmal unangenehm, gerade Bill, er hat natürlich auch diese Lache, die er sich so antrainiert hat, dieses laute, fast schon Bond-Bösewicht. Also er könnte sehr gut ein Bond-Bösewicht. Ich bin so extravagant. Ich habe schon Reels gesehen, die genau das aufgreifen, die sehr treffend sind. Die sehr, sehr treffend sind. Auf jeden Fall. Ich meine, wie gesagt, die haben auch psychisch, glaube ich, ist das enorm hart, was die noch durchmachen und vor allen Dingen durchgemacht haben. Deswegen nicht zu sehr, aber ja, ist natürlich da trotzdem irgendwie, wo ich mir denke, ja, okay, ist halt so eine Serie. Die Serie, also ja, ich meine, diese psychische Geschichte, das sprechen sie ja auch an, an ganz vielen Stellen so. Vor allem auch, was so den Druck angeht, auch den Druck, dann auf Tour zu gehen und so weiter und dass das dann, also sich auch auf die Beziehung negativ auswirkt, also die Beziehung der beiden untereinander. Das ist schon, also, ich finde, es ist so, wie soll ich denn das sagen, es ist so eine, es ist so eine, zwei Seiten von einer Medaille. Auf der einen Seite, wie du sagst, klar, man guckt reichen Leuten beim Reichssang zu, auf der anderen Seite versucht die Serie und teilweise schafft sie das ja auch, relativ, relativ, tief zu gehen, an manchen Stellen. Und dann hast du aber trotzdem wieder, ja gut, wir müssen jetzt da hinfliegen, 30.000 Euro, ja gut, so. Ja, was sind 30.000 Euro, ne? Ja, also, ich glaube, ich habe irgendwo eine Kritik gelesen, ich weiß nicht, ich glaube, Musik Express oder so hat eine relativ ausführliche Kritik geschrieben und da stand auch drin, diese Serie ist nichts für Kapitalismuskritiker. Oder gerade. Ich würde gerade sagen, ich würde dem widersprechen, ich würde sagen, sie ist gerade was für Kapitalismuskritiker, weil sie zeigt viel und sie zeigt auch viel, wenn man das kritisieren will, was man da nicht, also das, was man da nicht machen sollte, ist, das irgendwie persönlich an den Kaulitzes auszulassen, sozusagen, sondern zu gucken, okay, was kann ich daraus, was kann man daraus lernen und was sagtest du eigentlich über die Gesellschaft aus? weil, ich meine, auch die beiden, das haben wir nun ja besprochen, die beiden sind ja auch da reingekommen aus einer Situation, ich glaube, die waren ja normale, die sind relativ ähnlich aufgewachsen wie wir auch. Und ich finde auch den Kontrast dann immer ganz schön zu den anderen beiden, zu den anderen beiden Bandmitgliedern, die auch kurz auftauchen, also Georg und Gustav, denen es, glaube ich, auch nicht mangelt an Geld, die aber immer noch irgendwo in der Nähe von Magdeburg wohnen, mit ihren Familien, dort wahrscheinlich ein gutes Leben leben, so, auch das kann man machen, so, und die haben sich ja auch so, dafür entschieden sicherlich, bewusst, ne? Sie haben ja nie diese Öffentlichkeit so extrem gesucht, wie die Kaulitz-Brüder natürlich, die waren natürlich immer im Vordergrund. Ja, und was auch angesprochen wird, dass es zum Beispiel das Bild das auch braucht, ne? Also, oder dass das ein großer Traum ist, Der stand ja auch irgendwie schon, das wusste ich zum Beispiel, ich muss sagen, ich bin ja auch, ich war ja nie der große Tokio-Tor, Hotel-Fan, bin ja auch sowieso nicht so im Popmusik-Game drin, aber die, dass der ja schon irgendwie mit 13 dann mal irgendwo bei einer, bei so einem The Voice-Vorgänger irgendwie auf der Bühne stand und dort aber rausgeflogen ist irgendwie, weil es nicht gereicht hat. Aber schon, also trotzdem so ein Charakter ist, wo man das Gefühl hat, der ist irgendwie dafür geboren, für die Bühne. Der ist auch mit einem natürlichen Charisma gesegnet, aber halt auch ein Riesentalent und Wille dahinter. Der ist total Hass für abbekommen hat, wo man auch sagen muss, ja, mach das mal mit jemandem, der 13, 14, 15 ist, das hinterlässt natürlich was, darüber sprechen sie auch in der Serie. Auch wieder ein gutes Beispiel, warum dann Deutschland solche Leute verliert, die haben immer so ein Megatalent, oder Megatalente, die dann aber lieber abhauen, nach Amerika gehen, das hat man ja auch, wenn man sich ein Zimmer oder so anschaut, ich meine, der hat nicht diese Öffentlichkeit, aber der auch gesagt hat, Deutschland wurde mir irgendwann zu klein, was das angeht, das ist natürlich klar, wenn du bei den Großen dabei sein willst, dann musst du wahrscheinlich in die USA gehen, aber auch ganz interessant, das ist ja auch schon von Anfang an immer so als die Außenseiter natürlich angesehen wurde, weil er natürlich nicht so heterosexuell sich präsentiert hat, eben Gendergrenzen auch durchbrochen hat und das haben halt auch viele nicht toll gefunden. Und das wird ja auch angesprochen, dass das, also sie haben ja auch diesen Ausschnitt drin, dass Bill ja sogar öfter mal verleugnen musste, dass er homosexuell ist, weil es halt jetzt sich nicht gut verkauft hat, laut Aussage der alten Plattenfirma und so weiter, da wird ja auch ordentlich hergezogen, ich weiß nicht, wo die waren, ich habe auch jetzt nicht nachgeguckt, was da damals, das ist ja auch 20 Jahre her, das kann sich auch mittlerweile hoffen, oder hat sich mittlerweile hoffentlich mal ein bisschen verändert. Ich hoffe auch, ja. Aber auch ganz faszinierend, weil eigentlich ist es ja sehr offensichtlich gewesen, aber das war ja auch schon früher so, da musste Elton John, musste auch das ganze, ganz viele Jahre lang verstecken und da war es auch relativ offensichtlich, wenn man sich mal genau anschaut. Die Leute, die hatten ja damals auch schon wirklich relativ offen auch Beziehungen, Partnerschaften und so weiter und es wurde aber trotzdem dann oft dann einfach dementiert, weil es dann so, weiß ich nicht. Also es ist schon schlimm, ja es ist schon irgendwie, schon schlimm, auf jeden Fall. und das hat glaube ich auch geprägt, zumindest hat es jetzt nicht dazu beigetragen, dass man damit sehr offen dann umgegangen ist. Das wäre wahrscheinlich auch, wenn du, ich weiß nicht, ich habe jetzt drei Folgen oder zweieinhalb gesehen, ob das noch in späteren Folgen nochmal mehr thematisiert wird, aber das ist jetzt natürlich, das ist natürlich nur so ein Nebenaspekt in der Serie, aber es ist natürlich nicht der Hauptfokus. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich hätte jetzt komplette kreative Freiheit über die Serie, hätte ich wahrscheinlich gemacht, das hätte ich zum Hauptthema gemacht, weil das finde ich spannend, wie das dann quasi passiert ist, aber das will ja die Serie auch gar nicht. Auf der anderen Seite ist es auch gut, dass es vielleicht nicht das Hauptthema ist, weil wenn sie das, also das Hauptthema sind halt sie und das ist ein wichtiger Teil und ich glaube, und das würde ich bei der ganzen Serie sagen, es ist genau so viel in dieser Serie von den Themen, die sie rüberbringen wollen, drin, wie sie rüberbringen wollen. Weil mein Gefühl ist, das Haupt, die Hauptregie haben immer noch die beiden gehabt. Deswegen ist es mit der neutralen Doku, das will sie aber auch nicht erwecken, sie tut jetzt nicht so, als wäre sie eine Doku. Dafür haben sie, glaube ich, zu viel Hoheit über diese Serie gehabt und das ist ja auch die Rahmenhandlung, sie sitzen am Anfang im Prinzip in so einem Kino bei einem vermeintlichen Screening und reden darüber, was haben wir uns hier ans Bein gebunden mit dieser Serie und am Ende machen sie da auch den Rahmen wieder drum und reden darüber und reflektieren das auch alles nochmal. Also sie sind da schon die Herren darüber. Was aber noch ein Punkt ist, über den ich auch noch ansprechen wollte, weil auch Heidi Klum taucht darin auf. Die Frau von, nee, Heidi Kaulitz. Ich glaube, dass sie veröffentlicht haben, dass sie auch Kaulitz heißt und nicht mehr Klum offiziell. Also in den Papieren zumindest, den nennt sich ja noch Klum oder das ist ja auch ihr, jetzt mittlerweile ihr Künstlerinname. So könnte man es wahrscheinlich sagen. Und heißt aber eigentlich Heidi Kaulitz, ich glaube, das gehört auch zu der erfolgreichen Marketingstrategie dieser Serie, dass es jetzt zufälligerweise genau jetzt rauskam, dass sie auch Kaulitz heißt. Und sie ist mein großes Problem an dieser Gestaltung dieser Serie, weil, mein Eindruck, wir haben jetzt keinen Draht zu Konstantin-Filmen, die wahrscheinlich auch nicht drüber reden dürfen und uns wahrscheinlich auch nicht, also vielleicht antworten sie auch, keine Ahnung. Heidi hat, glaube ich, genau ein Interview für diese Serie gegeben und das war vielleicht eine halbe Stunde lang, keine Ahnung, oder so, man trifft sich einmal, jetzt habe ich hier, dieser Blödsinn hier, wird mir zumindest angezeigt, ich weiß nicht, ob das es mit aufnimmt hier, egal, wird einmal aufgenommen, wird wahrscheinlich zu ein paar Punkten befragt, so, das ist und das ist die Szene, sag mal bitte was zur Geburtstagsfeier, sag mal was zum Geburtstagsgeschenk, sag mal was dazu, 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 und da hat sich dann genau immer ein Take dazu und das war's und das wird dann genau an die Stellen reingeschnitten, wo es passt. Hätte man sich auch sparen können, das ist ein sehr einzig. Hätte man sich total sparen können, also ich verstehe, warum man sagt, man macht es trotzdem, weil man den Promifaktor auch haben wollte und ich glaube auch, also was heißt, ich glaube, ich denke, sie ist in den USA nochmal deutlich bekannter als ihr Mann und seinen Bruder. Ja, das würde ich auch sagen. Deutlich, deutlich, also man nimmt das schon, man nimmt das dann schon mit, aber für die Geschichte braucht man das null Komma gar nicht. Also sie ist ja irgendwie an drei Stellen pro Folge reingeschnitten und sagt nochmal was zu dem, was da passiert. Ich kann das ja natürlich auch verstehen, wenn man das nicht drinnen haben will und sie ist auch, sie ist auch nur ab und zu mal Thema, oder gesagt, ich muss mich mal mehr um Heidi und die Kinder kümmern, ist ja eigentlich das, was der Subtext, der bei Tom viel mitschwingt. Wir brauchen Family Time, pipapo, gibt einmal eine Stelle, wo sie anruft, weil der Hund krank ist. Das war es dann aber auch schon. Also man kriegt jetzt keinen Behind-the-Scenes-Heidi-Klump-Stuff, das wollten sie glaube ich auch vermeiden. Das braucht es auch nicht, wie gesagt, aber das hat mich so ein bisschen gestört, das hat mich dann eher so ein bisschen, ach, muss man das jetzt unbedingt noch mit reinnehmen? Aber wie gesagt, aus einer Produzentensicht kann ich es natürlich auch irgendwie verstehen, dass man den Promifaktor mitnimmt. Ja, aber das stimmt, das ist dann glaube ich auch immer wahrscheinlich aus produktionstechnischen Gründen dann nur möglich an einem Termin aufzunehmen und man weiß halt vielleicht zu dem Zeitpunkt hatte man auch nicht alles Material von Bill und Tom schon gehabt. Man konnte auch nicht auf alles drauf, eigentlich wäre es mal nicht, am besten wäre es natürlich, wenn man es ganz am Schluss sowas dann aufnimmt, damit man wirklich sagen kann, reagiere darauf, 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 darauf. Aber vielleicht war das auch nur, dass dann ein Teil halt auch schon gefehlt hat, auch aus welchen Gründen. Sie ist wahrscheinlich auch eine sehr, sehr viel beschäftigte Frau. Mit Sicherheit, ja. Aber man will sie ja, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall dabei haben. Die ist wahrscheinlich auch, die könnte allein auch das Leben, glaube ich, von den Brüdern auch so alleine bezahlen. Ich glaube, sie verdient da mehr als genug. Die können von diversen Menschen das Leben alleine bezahlen, glaube ich. Das glaube ich auch, ja. Aber ja, das ist dann so ein bisschen drin. Aber was ich dann auch, wir hatten ja auch kurz drüber gesprochen, wie sehr sind da auch fiktionale Elemente oder zumindest forcierte Elemente mit drin. Das weiß man natürlich immer nicht, ob da dann vielleicht im Vorfeld nochmal eine Szene durchgegangen wird oder kannst du dich das ansprechen oder so. Ganz, weil so gefühlt hatte ich es besonders stark dann bei dem Hautarzt, den dann Bill und Tom besuchen, weil Kalifornien, ne, sollte man häufiger mal zum Hautarzt gehen, weil viel Sonne und als Weißbrote aus Sachsen-Anhalt ist natürlich, hat man eher eine nicht so sonnengeschützte Haut. Müssen sie häufiger hingehen und die gehen dann zu einem neuen Hautarzt, wo sie vorher noch nicht waren, wenn ich es richtig verstanden habe. Und der ist schon mega weird drauf gewesen. Der das wirklich, glaube ich, der wusste, natürlich wurde abgesprochen, hier kommt ein Filmteam mit dabei, weil die werden begleitet. Und das hat er natürlich genutzt für eine Werbefläche. Der hat Werbung für sich gemacht. Aber cringy halt. Aber mega cringy. Und da frage ich mich fast, ist der einfach so? Oder haben die, haben sie jemanden gesucht, wo die wussten, der ist so cringy? Oder hat das erst dann auf Kommando, hey, sag das mal noch dazu, das mal noch, dann kommt es noch ein bisschen komischer. Im besten Fall das in der Mitte, weil auf das Letztere, ne, mit dem Station, da gehen sie auch drauf ein. Da sagen sie so, ey, wenn das, die denken ja, wir haben hier einen Schauspieler bezahlt. Also im besten Fall, also wenn du sagst, okay, wir wollen kein Dokumentar machen, aber vielleicht gibt es ja irgendwie, es gibt den Cringehautarzt irgendwo in Dingsbums, lass uns mal da hinfahren mit den Kaulitzes. Wenn die aufeinandertreffen, dann passiert schon was Cooles. Also so, glaube ich, macht man gutes Reality-Team TV. Und es ist in dem Fall auch total aufgegangen, weil du sitzt da wirklich davor und denkst so, was ist denn da jetzt los? Aber davon gibt es auch nicht viel. Also manche Sachen, wie zum Beispiel mit diesem Speicher und so weiter, das musst du nicht stagen. Ja, den gibt es wahrscheinlich wirklich. Und also, ich habe aber, also manchmal die Serie ist dann doch auch irgendwo ehrlich, weil es gibt auch so ein paar Momente, wo sie dann auch wirklich unsympathisch werden, finde ich. Also vielleicht nicht sie, aber also vor allem Bill, der dann schon irgendwie auch, Sachen ablädt. Und es gibt so diesen einen Punkt, ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Es gibt die persönliche Assistentin, die mit Lina vorgestellt wird, die sozusagen für die beiden ihr Leben organisiert. Die sich darum kümmert, dass Termine gemacht werden, dass die beiden auch Termine einhalten. Und natürlich, ich kann verstehen, dass du, wenn du so ein Leben hast, das auch brauchst. Die dann aber auch so zur Partyplänerin irgendwie wird, für den Geburtstag, was auch okay ist. Wenn du eine Busy Schedule hast, die aber auch einkauft beispielsweise oder jemanden beauftragt, der oder die einkauft. Das Problem ist dann halt, es gibt so eine Szene, da geht es um einen Termin für Schönheits, beim Schönheitschirurgen irgendwie. Und sie hat Urlaub. Und Bill will da selber anrufen, sich einen Termin machen und hängt in der Warteschleife rum, eine halbe Stunde, keine Ahnung. An der Stelle dann offenbar ist das wahrscheinlich so ein gefragter Schönheitschirurg, dass da auch sogar Leute mit so viel Geld in der Warteschleife hängen, wo ich auch schon wieder denke, ist das so? Bei der Fahrprüfung gab es Möglichkeiten für Leute, die viel Geld haben, dass sie sich nicht anstehen müssen, aber... Ja, genau. Und da hat sie dann eine Möglichkeit gefunden, dass man sich da nicht mit dem Pöbel in die Schlange stellen muss. Und dann klappt das nicht und dann legt er auf und sagt, ich stehe hier die ganze Zeit, ich hänge hier die ganze Zeit in den Warteschleife, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich schreibe ihr jetzt einfach, dass sie das bitte in ihrem Urlaub macht. Lina, ich brauche jetzt hier wirklich deine Hilfe. Und sie auch im Interview dann, ja, Urlaub ist schön, wenn man welchen hat. Und da denke ich mir so doch, oh ey, wirklich in dem Moment, weißt du, wirklich ein Arschloch. Weil die hat Urlaub, lass das, entweder organisieren eine Vertretung für sie oder lass sie im Urlaub und kümmer dich um dein Leben. Das fand ich, da fand ich es wirklich unsympathisch und da gibt es noch so ein paar andere Szenen und die sind aber dann auch drin geblieben, wo ich so denke, okay, gut, offenbar approved. Natürlich ist das in den USA noch so ein bisschen anders, aber sie ist offenbar, also sie ist wahrscheinlich eine Deutsche, sie spricht auf jeden Fall Muttersprachniveau Deutsch und ist vermutlich irgendwie auch aus dem Bekanntenkreis. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das Arbeitsverhältnis gestaltet ist und in den USA ist es ja offenbar so, dass Leute weniger Urlaub haben, aber ganz ehrlich, dass wir reden hier über so viele Leute, die so viel Geld haben, weiß ich nicht, lass die doch ihre zwei Wochen Urlaub im Jahr machen. Das wirkt dann halt wirklich so wie, wenn du irgendeinen Film hast oder eine Serie, wo es um reiche Menschen geht und du willst sie arrogant zeigen, dann machst du meistens eine Szene, wo die irgendwie die persönlichen Assistenten irgendwie niedermachen oder irgendwie, der gerade jetzt, der hat seit fünf Jahren erst im Urlaub und wird dann rausgekriegen. Vielleicht ist es ja auch gestaged. Vielleicht wollen sie das ja auch so, dass es mal kurz darüber kommt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Alles ist möglich. Jeweils, also ich glaube, wir haben auch so ein paar Kritikpunkte dann durchaus beschrieben. Ich fand es trotzdem, ich fand es sehr unterhaltsam. Wobei, also man, also ja, sie haben auch so eine Szene dann später drin, wo sie sich für den Tierschutz engagieren und ich glaube alleine, dass sie dort hinfahren und dort mal gedreht haben und auch ein paar Reels gemacht haben und so führt dazu, dass Spenden kommen und so weiter und das ist ja auch gut so. Auf der anderen Seite muss man halt auch echt sagen, wenn du dein Geld, wenn du Millionen rausballerst für ein Apartment in New York, wobei nicht klar ist, ob sie das wirklich gekauft haben, glaube ich. So. Dann kannst du auch sehr, also sie haben auch dann so eine Live-Podcast-Aufnahme in der Elbphilharmonie in Hamburg gemacht und dort nochmal den Betrag, der da in Spenden gekommen ist, haben verdoppelt und so. Das ist ja auch schön und das ist auch gut und das ist, kann man appreciaten. Auf der anderen Seite ballern die auch so viel Geld für Konsum raus, für irgendwas, was relativ unnötig ist aus unserer Sicht und vielleicht auch aus der Sicht von ganz vielen anderen Menschen auf der Welt, dass man sich schon fragen kann, okay, muss es sein. Ja, irgendwo geht dann die Rechnung trotzdem nicht auf. Dann fühlt man sich gut, aber am Ende. Ich will jetzt auch nicht mal sagen, hört auf, eure Langstreckenflüge zu machen, um eure Familie zu Hause zu sehen. Nee, macht das, das ist ja auch okay. Das habt ihr euch ja auch irgendwo verdient. Aber bestimmte Dinge, hm, don't know. Ja, das ist dann halt, je mehr Geld du hast, desto größer ist nun mal die Zerstörung an der Umwelt, die du verursachst. Das lässt sich statistisch sehr gut nachweisen. Das ist nun mal dann fern die Helikopterflüge und die Privatjetflüge halt erst an ab einer bestimmten Einkommensklasse. Deswegen, dann kannst du noch so viel spenden oder halt auch fürs Tierwohl machen, was ja auch alles gut ist. Aber letztendlich entschuldige ich das auch nicht dafür, was für ein verschwenderisches Leben du hast. Und wenn der Großteil der Menschen kann nicht so leben und würde auch gar nicht der Planet unterstützen. Nee, zu viel reichen Menschen hätten wir gar nicht. Hätten wir gar nicht. Deswegen, das ist dann auch immer so ein bisschen drin. Das ist natürlich auch, was so ein bisschen mitschwingt bei solchen Dokus auch immer. Wenn man sich für sowas interessiert und dass sowas auch mal plastisch sehen will, wie leben Reiche und wie sieht denn dieser Überkonsum aus, dann kriegst du das hier auch, glaube ich, sehr schön bebildert. Und auch wie die, glaube ich, selber sich das rechtfertigen. Weil ich kann ja schon verstehen, dass man natürlich dann auch auf diesen Luxus nicht verzichten möchte, weil der hat auch seinen Preis, das haben wir ja auch schon besprochen. Und dass man sich dann eben gewisse Sachen gönnen will. Aber dann natürlich auch, wie man sich das wieder zurechtfertigt, wahrscheinlich, indem man sagt, ja okay, ich habe jetzt aber ein paar Millionchen an Tierwohl geschickt, jetzt kann ich mir die nächsten 20 Jetflüge, Relikopterflüge sind ja jetzt wohl drin. Zumindest irgendwo im Kopf ist dann wahrscheinlich, dass man sagt, naja okay, ungefähr passt ja schon. Darauf möchte ich jetzt nur nicht verzichten. Deswegen, das ist vielleicht auch nochmal ein guter Einblick daran, wenn man das mal so erleben will. Es gibt auch schon viele Dokus so über Reiche, das ist dann aber meistens so mit einem journalistischen Ansatz, der auch sehr wichtig und gut ist, aber so hat man natürlich nochmal diesen selber von Kaulitz selber, die das natürlich selber höchstwahrscheinlich ja inhaltlich mitbetreut haben, dann von sich präsentieren möchten, aber es ist natürlich auch nicht immer vorteilhaft. Nee. Ja gut, also ja, es ist, wie gesagt, es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt irgendwelche, ich sag mal Erben sind, die oft auch in solchen Dokus bebildert werden, die haben ja schon auch einen großen Teil haben sie immer daran gemacht, dass sie so viel Wohlstand, dass sie so viel Wohlstand gebracht haben und ich finde es auch immer müßig, dann sich an Leuten abzuarbeiten und das abzusprechen, so das muss nicht sein und es ist natürlich eine absolute Hochglanz, Promi, Geld, Kapitalismus, Frönen, Produktion, so und ich finde auch, es ist auch nichts verkehrt dran, sich da mal von unterhalten zu lassen über acht Folgen, das ist, braucht man glaube ich auch kein schlechtes Gewissen zu haben, aber man kann sich glaube ich damit auseinandersetzen einfach und ich denke, wenn man sich das anguckt, dann hat man schon so ein paar Stellen und Punkte, wo man selber sagt, ah okay, hier habe ich vielleicht Bauchschmerzen damit, so, aber ich glaube, ich würde auch in eine zweite Staffel reinschauen, ich finde auch, ich mag auch die beiden ganz gerne, die haben natürlich auch einen tollen Vibe zusammen, muss man sagen, die sind sich auf der einen Seite natürlich so ähnlich, auf der anderen Seite natürlich auch so verschieden, dass das total gut passt und was ich auch total interessant finde, die können ja wirklich die Sätze voneinander beenden irgendwie und kennen sich so gut, haben mir ganzes Leben lang wirklich ganz eng zusammen verbracht als Zwillinge und so viel durchgemacht, dass das schon auch spannend ist, sich das anzugucken, wie das einfach funktioniert bei den beiden. Also das hat schon echt einen Unterhalt. Das hat eine sehr einzigartige menschliche Konstellation noch einfach mit den beiden, deswegen ist das natürlich auch, deswegen haben sie natürlich auch einen Podcast, wo sie einfach nur über sich selber sprechen können und das füllt halt die Sendezeit und erreicht die Leute, deswegen hat man hier nochmal in schicker und schöner das Ganze aufbereitet mit noch mehr Details und hinter den Kulissen eindrücken. Deswegen ja, deswegen an sich schon eine Empfehlung, glaube ich, die kann schon was, aber ja, ich hatte auch ab des öfteren Bauchschmerzen gehabt und es ist natürlich ja jetzt nicht die augenöffnende Dokumentation, die man vielleicht hätte auch, so eine ganz subversive, ich weiß jetzt nicht direkt aus dem Kopf, wie man das hätte gestalten müssen, damit das so wird, aber vielleicht, wenn man so zwei Promis hat, die sagen, jo, ihr könnt uns gerne filmen und uns begleiten, vielleicht findet man da auch einen Ansatz, der noch ein bisschen mehr kann, die sich noch mehr traut, da vielleicht auch mehr die nicht so schönen Seiten noch mehr betont oder den Preis, den man dafür zahlt, dass man so ein privilegiertes Leben hat, wäre sicherlich irgendwie auch möglich gewesen, es ist natürlich trotzdem dem sehr zugetan, aber man hätte mal vielleicht auch wieder einen Zugang verloren, wenn man es so gemacht hätte, ist halt immer ein Kompromiss natürlich am Ende auch, aber ja, dann haben wir es, glaube ich, Wir haben es, denke ich mal, und ich glaube, also wie gesagt, schaut euch mal rein, wenn ihr ein Netflix-Abo habt, das kann man durchaus mal machen, finde ich jetzt nicht verkehrt. Gut, gut, dann packen wir es und sprechen nächste Woche sicherlich wieder über etwas Fiktionales. Können wir über etwas Fiktionales. Weil wir müssen auch jetzt mal unsere Villa putzen, also Putze putzen, wir müssen auch aufpassen, da gab es putzen lassen natürlich, müssen auch mal schauen, dass das alles ordentlich gemacht wird, weil wir haben neue Putzkräfte und da müssen wir erst mal über die Schulter schauen, ob die das alles so richtig machen. Also dann, ciao, ciao. Ciao.